Und da war es auch weg. Was ist da los? Moment. Zack. Luftboxen, jawohl. Ah, schön. Ich muss sagen, das hat sich schon relativ gut entwickelt hier. Ist ein bisschen dunkel, ne? Aber, ich glaube, ich brauche mal noch so viel. Ich brauche mal Lämpchen. Also eine oder zwei von diesen RR Home Dekor Lampen für die Decke. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich habe Hunger. So, leid. Und zwar... Welche waren das? Ich habe ich den da gebaut. Diese hier. So. So. Solange es noch Nacht ist, können wir das ja gerne noch mal anschauen. Wie das so wirkt. Okay, einmal hier. Oder hier hinter der Bar vielleicht sogar. Zack. So viel Licht spendet die gar nicht, was? Machen wir hier noch eine? Hier haben wir ja den Baum. Bringt das was? Ja. Ein bisschen. Ja gut, dann machen wir hier noch eine. So. Ja, passt. Okay. Folgender Plan. Die Küche muss noch fertig gemacht werden. Beziehungsweise würde ich die Bar gerne nutzen für für diese Immersive Taming Dingsbums, wo man halt die ganzen Bates bastelt. Dass wir das hier hinstellen können. Dann möchte ich noch unbedingt hier Hier brauche ich auch noch eine Lampe. Moment. Da brauche ich eine Lampe. Oh, Tür auf, Tür zu. Tür auf, Tür zu. Das Ding kann weg. Okay, dann machen wir hier auch noch eine Lampe. Und da noch eine Lampe. Und hier auch eine Lampe. Also drei noch von den Dingen. Moin Moin Futschi. Hallüchen. Aus dem Bett gefallen. Wahrscheinlich noch durch die Frühschichtwoche. Immer noch im Rhythmus. Obwohl, so früh ist es ja gar nicht mehr. Kaffee ist auf jeden Fall am Start. Bei dir bestimmt auch. Ich baue jetzt noch drei. Drei Lampen. So. Geht das? Ja. Okay. Oh ey, kannst du die Uhr nachstellen, ne? Jetzt geht schon wieder die Sonne los. Ich könnte, ich überluck dir das mit der Cam. Wenn mir das heute wieder zu bunt wird mit der Kamera und dem Blue Screen, äh dem Green Screen, dann mache ich die aus. Aber jetzt ballert die Sonne wieder rein. Die ganze Zeit ist es dunkel. Und jetzt, wenn ich streame nicht. Schon seit 7.30 Uhr wach. Wow. Okay. Ich musste mir wieder ein Wecker stellen, sonst hätte ich wahrscheinlich heute ewig gepennt. Weil manchmal wurst sich der Körper das auch alles einfach wieder, ne? Was man ihm so verwehrt. Hm, Kaffee, jawohl. Was man ihm so verwehrt. Komme ich da hoch? Ja. Hier noch einer. Oh. Und wir machen da noch eine. So. Ähm, hier so. Okay. Gut. Also, es wird jetzt Tag. Guten Morgen, schlepp ich weh. Beim ersten Kaffee. Ich bin schon beim zweiten. Ja, durch die Vorbereitung so ein bisschen. So. Ich find's ehrlich gesagt auch mal wieder richtig schön, um die Uhrzeit zu streamen. Das macht irgendwie Laune. Ich hab das ein bisschen vermisst. Aber es ging irgendwie nicht anders. So. Was wir noch machen müssen. Also. Ich zeig jetzt erstmal ganz kurz, ne? Wir haben ja jetzt hier diese wunderschöne Geheimtür. Haha. Geheimtür. Wo der ganze hässliche Scheiß drin steht, ne? Den wir nicht sehen wollen. Hier mach ich auch keine Lampe hin. Das wird eh keiner. So. Wir haben also Strom. Und wir haben den Fabrikator. Und hier werden wir die ganzen Ressourcen mal hinstellen. Das heißt, wir nehmen dafür... Wir nehmen dafür... Ich hab so viele Punkte, ey. Mein Gott. Ähm. Weil nichts mehr freigeschaltet ist. Wir können eigentlich auch mal hier die ganzen Werkbänke einmal freischalten. Das werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Ähm. Vielleicht. Unter Umständen. Hier Furniture und Dekor auf jeden Fall. Eco Wonderland bestimmt auch. Äh. Okay. Hm. Ich muss irgendwie immer alles neu lernen. Ganz wichtig. Du wolltest die Türen noch einstellen, damit nicht alle drei auf einmal auf und zu gehen. Korrekt. Das machen wir als erstes. Weil das ist echt furchtbar nervig. Also. Ähm. Disable Auto Opening. Und auch die Haustür. Disable Auto Opening. So. So. Jetzt renne ich immer gegen Tür. So. Ich möchte hier... Ich glaube, das war bei Level 20. Ach ja. Ist das schön, wenn man so viele Mods hat. Also das war jetzt kein Sarkasmus. Ich meine das ernst. Bitte. ZB. Bitte. Sehr gerne. Und zwar möchte ich... Was ist denn das hier alles? Keine Ahnung. Ding, 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 ding. Und zwar. Wo ist denn das jetzt? Ich suche die... Genau. Diese Sachen suche ich hier. Diese. Weil das sieht einfach besser aus. Also das hier... Das da... Ich lerne mal alles. Wir brauchen sowieso irgendwie alles. Storage Shelf. Perling. Sand. Keine Ahnung. Element ist jetzt hier, glaube ich, erstmal nicht so angesagt. Habe ich schon. Genau. Stimulant. Narcotics. Oil. Die brauchen wir auch noch. Oh, ein Mülleimer. Hier kann man das Fleisch spoilern. Ein Kibbelkucker. Ein RRC... Hä? Okay, das ist viel zu viel Zeug hier. Was ist das alles? Collects Dropped Items. Poop. Argentina Paste. Aha. Was kostet das? 250 Metallbarren. Zement. Das ist ja cool. So ein Staubsauger. Den will ich haben. Da brauchen wir aber Metallbarren. Ich will den haben. 250 Metallbarren und 125 Zement. Wir haben kein Zement, glaube ich. Mal gucken. Oh doch, wir haben. Wir haben keine Metallbarren. Wir haben auch kein Metall, wahrscheinlich. Okay. Zack. Schmetterling. Lass mich durch. Schmetterling ist jetzt in Form eines Staubsaugers. Erschienen. Wer kennt die nicht? Den Staubsauger ist Schmetterling. Und dann kann ich den hier auch bauen? Bestimmt. Ah, wo ist denn der jetzt? Oh nein, jetzt ist er nicht. Wie ist denn der? Wo ist denn der Staubsauger? Ah, Vakuum-Cleaner. Den kann ich nicht hier drinnen bauen? Den doch, habe ich. Hier kann ich den bauen. Vakuum-Cleaner. Da ist er. Okay, gut. Ich kann ihn doch bauen. Also wir haben alles hier. Okay, gut. Dann machen wir das. Gucken wir uns das mal an, das Ganze. Und dann kümmern wir uns mal um die Ressourcen, damit wir alles im Haus haben. Damit wir dann die ganzen Bait-Dinger basteln können. Weil ich hätte schon Bock, heute mal so ein paar Wölfe oder irgendwie so eine Schnee-Eis-Biom-Tiere zu zähmen. Wo stelle ich denn den hin? Oh, die Küche? Oh, die Küche? Das sieht ja nicht so schick aus. Hier in die Ecke? Oder hier in die Ecke? Ohne Energie? Das war dieses gelbe Zeug, ne? Wie hieß das noch eben? Oder können wir das auch so suchen? Es war nicht Benzin, sondern... Sondern, 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 sondern... Oh Mann. Sondern... Es war... ...Hummelwirbel. Wie hieß denn der Kack? Und da brauchen wir auf jeden Fall Zeug, was... Hier. Treibstoff. Nenn es doch einfach Treibstoff. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Wir brauchen Schwefel, Öl und Kaktussaft. Schwefel. Auf die Island. Kaktussaft und Schwefel. Ich muss mal kurz gucken, drüben in der Hauptbase, ob wir da irgendwie sowas haben. Ich bezweifle das aber. Vielleicht haben wir ja auch Treibstoff hier. Oh, Ruckel. So. Nein, haben wir nicht. Wo kriegen wir denn Schwefel her? Ich weiß das gar nicht. Kacke. So, Leute. Da muss ich jetzt mal einmal gucken. Da werde ich mal ganz spontan... ...Resource-Map. ...The Island. Okay. Hä, da ist ja gar nichts drin. Da fehlt ja die Hälfte. Gibt's ja kein Schwefel. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wir werden doch wohl Schwefel bekommen. Schwefel. Ich glaube, die gibt's hier gar nicht. Was ist das denn für ein Kack? Ich brauche aber Schwefel, Leute. Ich gehe mal in die Generaldiskussion im ARC-Forum. Mal gucken. Bla, 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 bla. I can't get soulful und so weiter. Und, äh, ja. There is a hidden cave. Und was? Ja. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Scheiß drauf. Wir machen das anders. Ich habe ja den Converter, ne? Ich habe ja den Converter. Ich glaube, es gibt auf The Island kein Schwefel. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Dafür gibt's ja Scorched Earth und so. Dafür gibt es ja die anderen Maps, um bestimmte Ressourcen dort zu bekommen. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Okay, das heißt, ich müsste theoretisch mit einem Obelisken rübergehen Richtung Scorched Earth, um mir da Schwefel zu holen. Ha, nein, das machen wir jetzt nicht. Ich werde gucken. Hier. Ja, genau. Wir können auch Schwefel anbauen. Das ist natürlich, ähm, auch eine Idee. So, wir können Schwefel bauen aus. Aus Obsidian. Obsidian, okay. Obsidian. Obsidian. Haben wir, glaube ich, hoffe ich noch in der Hauptbase. Mal gucken. Ansonsten holen wir uns das Zeug in dem Vulkan. Dann müssen wir da mal rüberflattern. Mit einem Agi oder so. Ist halt ein kleiner Weg. Aber wir hätten auch noch Obsidian, auch hier im Schneegebiet. Okay, Obsidian brauchen wir. Gut, und dann brauchen wir noch, ähm, was es wahrscheinlich hier auch nicht gibt. Und zwar... Boah, ich nispel schon wieder total. Meine Schiene macht mir immer noch sehr, äh, zu schaffen. Die ist echt schwer zum Sprechen. Aktuell. Ähm, was wollte ich jetzt? Kaktuszeug wollte ich noch haben. Kaktus... Kaktus, äh, Dingsbums. Kaktuszaft, genau. Da brauchen wir nur Strom. Und Basisseat. Okay, okay, okay. Gut, das ist nicht das Problem. Also müssen wir uns auf jeden Fall den Konverter bauen und jetzt erstmal Obsidian holen. Das ist, glaube ich, ein gutes Thema. Es sei denn, wir haben Obsidian hier. Wir haben Obsidian hier. Dann nehme ich halt ein bisschen was mit. Vielleicht reicht das ja. So. Dann machen wir das. Zack. Und zurück. Aber wir müssen auf jeden Fall Obsidian noch organisieren. So, Eishöhle. Gut. Dann bastel ich jetzt als erstes den Konverter. Hier ist schon wieder Schneespüren. Konverter. Ähm, dafür brauchen wir... Was ging? Und in dem Konverter gibt es... Okay, das Ding sieht auch ziemlich hässlich aus. Das packen wir auch hinten in diese gesteckte gesteckte Brand. So. Machen wir hier hin. Und hier drinnen kann ich bauen das da. So. Okay. Hier, Scorched Earth Resources. Genau. Wir brauchen erst mal Schwefel. Witzig. Okay. Und dann brauchen wir hierfür Stroh und Saaten. Okay, das ist auch kein Problem. Es ist scheinbar doch ein Problem. Was genau fehlt uns jetzt? Seeds. Oh Gott. Seeds? Oh Gott, ich leuchte schon wieder. Der... Die Sonne. Wo bekommen wir denn Seeds her? Wo bekommen wir denn Seeds her? Ich habe ja noch eine kleine Hoffnung. Hallo, du stehst echt im Weg, ne? Du stehst eigentlich immer im Weg. Egal, wo du stehst. Kannst du mal bitte... Stell dich mal hier. Stell dich mal hier. Da. Da ist gut. Hier so. Okay. Haben wir denn... Ah. Oh, Element. Haben wir denn... Irgendwo... Da ist alles kaputt. Noch Saaten. Ich brauche Seeds. Ja, eine. Eine bringt mir nichts. Hatten wir nicht irgendwo noch welche gesammelt? Hallo, das muss so. Licksan erhält den Stream. Ja, aber echt. Das ist extrem gerade. Irgendwann nur noch so ein Lichtkegel. Und das war's. Hier ist gar nichts drin. Könnt ihr mir mal sagen, wo meine ganzen Seeds hin sind? Ich habe echt keinen Plan. Wir brauchen jetzt unbedingt... Ähm... Konnte man nicht... Man konnte doch aus... Aus Früchten... Seeds basteln. Warte mal, da gab es doch auch eine Möglichkeit. Da gab es doch auch eine Möglichkeit. Ich konnte... Hier, das Ding. Das hier brauchen wir. Den HG Seed Crafter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So. Okay. Ich stelle den mal hier hin. So. Was kannst du denn? Ich brauche eigentlich nur irgendwas. Zum Beispiel... Was haben wir denn? Ich weiß nicht. Hier, Tinto Berries oder so. 100. 200. Ich glaube, davon hatten wir richtig viele. Alle herstellen. Moin, Leon. Leon, ne? Leon, jawohl. Hallöchen. Okay, wir basteln uns selber Seeds. Ist ja nicht so, als ob wir hier nicht alle Möglichkeiten hätten. Das ist ja nicht Crystal Isle Hunted, ne? Wo nix geht. Nein, hier können wir das. Okay, wir basteln uns Seeds. Und dann... Und dann machen wir uns noch ein bisschen mehr von dem Dingsbums Kaktus zurück. Und dann basteln wir uns Treibstoff. Jawohl. So. Und dann machen wir nach und nach einmal die Ressourcenecke fertig, dass wir alles an einem Platz haben. Das ist einfach The Island, Leon. Ganz klassisch The Island. Ich bin immer gerne hier, wenn so die ganzen Events passieren, ne? Also jetzt haben wir gerade Turkey Event. Ich habe zwar noch nichts gesehen davon. Aber dann kommt auch demnächst wieder das Weihnachtsevent. Und dann spiele ich immer sehr gerne auf The Island. Und momentan basteln wir im Schneebiom an einem wunderschönen obsidianfarbenen Palast. Das hier sieht alles ein bisschen aus, aber... Naja, das ist halt die Standard... Meine Basis. Meine Standardbasis. So, gib mir jetzt die Dinge. Der braucht noch zehn Jahre. Ich könnte... Den Konverter habe ich ja jetzt nur drüben. Den Konverter habe ich nur drüben. Können wir noch ein bisschen Kaffee trinken, ne? So. Ich bin auch der Meinung, wir hatten in dem einen Rühlschrank hier... Ja, da geht noch einiges. Ich werde mal noch ein paar mehr von den Tinto Berries hier reinknallen. Wir nehmen das mit, was wir haben. Und gehen mal rüber. So. Okay. Her damit. Gut. 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 so. So, was brauchten wir noch? Für den Treibschluss? so wo baut man den treibstoff eigentlich im mörser und spösel aha okay das muss alles her wir brauchen das hier ist mir alles zu weit weg hier vorne na ihr kleinen süßen ihr ihr kriegt auch noch ein pflanz so das heißt ich nehme jetzt ach du großer gott ich nehme jetzt ich nehme das einfach mit zack das nehme ich auch mit aufheben und der rest kommt später auch diese türen was hat was schimpft der nightbot da gerade rum wie das ist existiert nicht ich habe das doch eingestellt habe ich das nicht aktiv das muss ich mir später noch mal anschauen so ok grinder der grinder muss ja irgendwie hin wenn wir jetzt alle werkbänke hier hinten hinstellen ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist so viel platz haben wir hier gar nicht ich glaube den grinder machen wir hier vorne hin damit das war schon gut mhm mhm Öl haben wir glaube ich aber ich weiß es nicht genau mal gucken wir haben wir okay na dann Feuer frei. So, und dann können wir hoffentlich den Staubsauger verbinden. Was auch immer der so tolles kann. Mal sehen. Ich denke mal, der wird einfach arbeiten wie eine kleine Kugel aus dieser Item-Kollektor aus der SS-Mod. So, Staubsauger ist auf der Seite. Ah, schön. So. Und? Jawohl. Läuft. Gab es nicht ein Alias, wo man alle Befehle sehen konnte? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber das Ding, Ausrufezeichen, Kanalpunkte hatte ich eigentlich eingerichtet. Jetzt müsste ich noch mal gucken. Nicht, dass ich da irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Mag natürlich sein. Würde mich jetzt auch gar nicht wundern, wenn ich irgendeinen Blödsinn gemacht hätte. Es gibt ja klassische Commands, die von Haus aus irgendwie eingerichtet sind. Aber man hat ja dann auch selber irgendwelche eingerichtet. Ähm. Ich bin der Meinung, ich hatte Custom-Commands. Aber der ist nicht mehr da. Aber wo ist der denn? Das ist ja spannend. Ausrufezeichen, Kanalpunkte. Hatte ich? Ich schwöre. Aber Ah, ich weiß. Ja, ich habe den Command selber noch nicht eingerichtet. Ich habe nur das eingerichtet, was immer in regelmäßigen Abständen im Chat erscheint. Okay, da muss ich noch mal ran. Das schreibe ich mir auf meinen Notizzettel hier oben. Ich hoffe, das bleibt da auch. So, ähm, zurück. So. Äh, ne, 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 ne. Okay, er sammelt jetzt fleißig Kacke und sowas alles. Also es ist wie der Item-Kollektor einfach. Gut zu wissen. Er sieht ein bisschen, also es passt hier einfach besser rein, ne? Ist so ein bisschen wohnlicher, das Ganze. So, dann haben wir ja hier noch den, den, äh, Debate-Station. Da können wir doch bestimmt hier irgendwo das wäre halt voll gut, wenn man das hier so reinmachen könnte. Ah, ne, das ist nicht gut. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Top all time. Oh Gott, oh Gott. Uchikago ist an erster Stelle. Und dann kommen die ganzen Bots. Xard ist an vierter Stelle. Du hast mehr Punkte als die Bots. Das, äh, soll das heißen. Okay, wir machen die Dinger, glaube ich, eher hier in die Küche, ne? Machen wir lieber in die Küche und hier kommen dann eher so Gläser und sowas alles hin. So, okay. Dann geht es weiter. Und zwar hier. Wir brauchen, welche Ressourcen brauchen wir denn? Ich sehe schon, Zündpulver auf jeden Fall. Oh, hier ist so viel Kram drin, ne? Ich sehe hier, hier unten war das doch irgendwo. Wehen suche ich. Ich bin überladen, okay. So. Zündpulver hier. Dann ist das schon mal weg. Dann brauchen wir unbedingt, wir brauchen Metall, guten Morgen, Xard. Komm, Teufel gesprochen, da ist er schon. Guten Morgen. Wir brauchen Holz, Stroh, Metall, Stein. Stoneshed. Aber ich nehme lieber, aber der Stoneshed war doch so groß. Was haben wir denn noch? Wir haben nur noch diese anderen Dinge. Hier, das da. Stone Bin. Metal Ore Bin, Obsidian Bin, Element Bin. Wir haben ja drüben Element. Ich entdecke immer wieder neue Sachen hier. So. Okay. Also, erst mal die Bins. Damit wir mal ein bisschen Ordnung hier rein kriegen. Gut. Die sind auch so riesig. Okay, wir machen das mal hier hin. Das ist schief, ne? Das ist aber jetzt wirklich, ähm, schief. Doch. Und einer noch. Ja, das geht. Damit komme ich klar. Metall, äh, Metall, Metall. Metall. Und hier 802. Sehr schön. Aber bei Streamlabs bin ich hinter euch allen. Ja, das mit Streamlabs habe ich auch noch nicht geschnallt. Mit den Punkten. Ich habe mich da ehrlich gesagt aber auch noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Immer nur mit den Twitch-Dingern. So, Stein. Wow, da haben wir ja ein bisschen mehr von. Okay, alles klar. Ich nehme erst mal nur ein bisschen. Den Rest ziehen wir uns rein. Zack, zack, zack. Das sieht doch cool aus. Obsidian hatten wir ja, glaube ich, gar nicht hier. Ne, müssen wir noch holen. Würde ich auch gerne holen wollen. Ähm, ich würde, ich möchte gerne mal gucken. Hallo? Äh, lass mich raus. Ich würde gerne mal gucken. Ob wir hier Obsidian finden. So wie das angezeigt wurde. Auf der, auf der Map. Wir nehmen dafür mal den Agentavis. Ich brauche eine Spitzhacke. Ich bin relativ leer. Hier ist noch ein bisschen Zeug. Passt aber soweit. Ich werde mal Benzin und so können wir hier lassen. Boah, ja. Das Problem an dieser, an diesem frühen Stream ist bei mir immer, dass ich, wenn ich Kaffee trinke, dann immer wahrscheinlich 20 Mal aufs Klo muss. Weil ich mal gucken. Bin gespannt. Wie lange ich durchhalte. So. Wir nehmen... ...den Agent einmal. Und zwar soll das nämlich sein. Das mit dem Sattel, ne? Das nervt mich tierisch, dass das nicht zu sehen ist. Äh, in die Richtung und dann da, 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 da hinten da. Links oben. Da schauen wir jetzt mal, ob wir da Obsidian finden. Das wäre ganz cool. Level aufstehen. Oh. Ähm. Moment. Ich baue mal noch so ein Kristallding. Das kriegen wir noch hin. Stell dich mal hier vorne hin. So, Kristall. Hab ich nicht. Wahrscheinlich heißt das auch Crystal und nicht Kristall. Nein. Okay, es müsste... Ach, hier ist es ja. Ja, alles klar. So. Wir brauchen Fasern. Achso. Na toll. Das ist ja super. Haben wir denn noch eine... Okay, Kristall muss erst mal raus. Also das geht so nicht. Was? Wo ist denn meine Sichel? Hier. So. Dann werde ich mal hier auf der Seite kurz einen Absteher machen. Wo ist denn da? Da, da, da. Hallo. Okay. Ähm. Wir holen Fasern. Fasern. Nicht Tiger. So. Wodschi. Schon wieder. 200 Bits. Dankeschön. 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 Fasern. Fasern. Da wirft er mit 200 Bits um sich. Achso. Futschi. Ich habe übrigens... Ich habe übrigens gestern noch ganz kurz Seven Days to Die angetestet. Also, ne, ganz kurz, weil ich wissen wollte, was da auf mich zukommt. Da habe ich erstmal eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt irgendeine Map zu erstellen. Das fand ich schon mal sehr spannend. Dann habe ich nachher irgendwie zwei Zombies gekillt und habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, ich freue mich sehr, wenn wir das zusammen erkunden. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man auf deinen Server kommt. Hm, da hinten ist schon wieder so ein schöner... Zwölf Level-Dingsbooms. Nee. Low-Bobs brauchen wir nicht. So. Da kann ich nur kassieren, man muss ja auch mal was ausgeben. Ich muss mir erstmal Bits kaufen. Ich habe noch gar keine. So, haben wir jetzt genug Fasern? Ich hoffe. Muss jetzt reichen. Ich habe gleich wieder vergessen, was ich machen wollte. Fasern. So. Schön. So, dann können wir ja erstmal so ein Fasern-Gedöns basteln. Und dann bauen wir ein Kristall-Dingsbooms. Und dann holen wir Obsidian. So wie geplant. Wird bestimmt lustig. Momentan ist der Server Passwort geschützt, weil ich noch nicht weiß, wie das mit der Whiteless genau funktioniert. Okay, lass dir Zeit. Okay, lass dir Zeit. Take your time. Kein Problem. Wichtig ist mir, dass wir vielleicht sogar gemeinsam raufgehen. Moin, Trinkwein. Oh, schöner Name. Trinkwein. Guten Morgen. Das mit dem Kassieren und Ausgeben bezog sich auf die Punkte. Achso. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. So, ich baue jetzt so ein Faser-Ding. Wie hießen denn die Fasern nochmal eben? Ich hab vergessen. Highbär, ne? Highbär. Highbär-Box. Genau, die brauchen wir. Einmal. Highbär-Box. So. Okay, die Boxen werden wir vielleicht genau daneben stellen. Der Raum ist zu klein, wa? Ich habe das Gefühl, dass er zu klein ist. Und die Werkbänke müssen wohl doch darüber. Und hier kommen die ganzen Ressourcen hin. Ich muss ja auch aufpassen, weil hier die Tür ist. Mist. Ich hab was von Seven Days to Die gehört, ist eins meiner Lieblingsspiele. Ich kann das tatsächlich noch gar nicht beurteilen. Aber vielleicht wird es eins meiner Lieblingsspiele werden. Werde es, äh, ganz jungfräulich, werde ich das Spiel entdecken. Habe keine Ahnung. Also außer das, was ich gestern zehn Minuten lang getestet habe. Und mit Knüppeln habe ich zwei Zombies erlegt. So, okay. Highbär kommt hier rein. Machen wir da rein. Dann brauchen wir jetzt Kristall. Das Kristall-Dingsbums. Okay. Okay. Diese kleinen Säckchen, die werde ich, äh... ...hier so ein bisschen verteilen. So, und dann alles, was geht da rein. Zack. Zack. So. Ja, also ich hoffe, oder ich freue mich natürlich auch, wenn wir, äh... ...werden wir wahrscheinlich dann auch, äh... ...futschi, denke ich mal, ne? ...dass wir das auch gemeinsam im Stream vielleicht sogar machen. Wäre natürlich auch mega spannend. So, du bist hoffentlich leer, mein Kleiner. Ja, das passt eigentlich. So, let's go. Wir müssen Obsidian holen. Genau, wir streamen das. Genau. Oh, das ist aber ein schöner Agi da vorne. Ein Agi-Schmetterling. Oh, der ist wirklich schön. 76er. Schöne Farben. Das könnte vielleicht, äh... ...ein Agi sein, der... ...zu dem aktuellen Event gehört. Turkey Trial. Ernte Dunkfest. Event. So. Der Agent hat ein Level. Was kriegt er denn? Der Agent bekommt... ...ah, ah, ah, ah. Ja, Schaufenster-Agi auf jeden Fall. Wunderschön. Er ist einfach nur wunderschön. So, hier haben wir unsere Ölsteine. Genau. Und wenn wir jetzt darüber flattern werden... Wieso ist mir so kalt? Minus 12 Grad? Ich habe doch... ...ne Fehlrüstung an. Naja. Boah, was ich am Leuchten bin. Sorry, ich kriege das mit der Cam echt nicht hingehalten. Die Sonne wird erst aufhören zu scheinen, wenn ich fertig bin mit dem Stream. Ist so. Ich schwöre. Werde ich mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Unbedingt. Trink Wein. Lässt du noch ein Follow da und dann weißt du auch, wann wir streamen. Kommst du noch auf den Discord? Wenn wir der ablosen. Wenn wir der ablosen. Also ich. Ich werde mich wahrscheinlich wieder anstellen wie der erste Mensch. Wo sind wir denn? Hier. Hier müsste es eigentlich irgendwo Obsidian geben. Theoretisch. Aber wahrscheinlich erkennt man das wieder. Hab Follow gemacht, kommt aber keine Meldung. Hä, warum? Wieso kommt da keine Meldung? Was ist da los? Aber danke, trink Wein. Warte mal, ich stelle mich mal hier irgendwo hin. Der Follow kommt ja normalerweise über Screen Element. Bitte nicht runter. Oh nein, was mach ich? Nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Okay, was ist hier los? Warum geht das nicht? Das Cheerln hat funktioniert und der Follow hat nicht funktioniert. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz raus tappen. Ja, gute Frage, du. Woran das jetzt liegt? Ich wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt gucken soll, weil alles aktiv ist soweit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Okay, wo ist jetzt hier Obsidian, Leute? Ich vermute mal, dass man das wieder nicht erkennt. Ich kann ja nochmal, ich kann ja nochmal kurz gucken. Also die Zahl hat sich tatsächlich geändert, habe ich gerade gesehen. Aber dass er den, dass er, hä, was ist denn mit dem Alert? Was ist mit dem Alert los, Leute? Was ist mit dem Alert los, Leute? Woran liegt das? Also die Zahl hat sich geändert, das habe ich gesehen. Dankeschön, Trinkwein. Dankeschön. Und schade, weil ich mag den Alert. So, ähm... Auch immer noch Obsidian. Ich glaube, wenn man hier hochfliegt... Ich werde erfrieren, bevor ich Obsidian gefunden habe. Hier ist Kristall, okay. Genau. Herr Alert, melde sich bitte. Oh, ich glaube, der ist hochlevelig, oder? Der Herr Alert, meldet sich bitte bei mir. Umgehen. Ich habe da ein Gespräch zu kriegen. Das ist mir auch letztens schon aufgefallen. Letztens war auch irgendetwas. Da hat der Zirbel nämlich einen Resub gemacht. Das habe ich dann nach dem Stream gesehen. Aber es gab keinen Alert. Warum? Das ist nicht okay. Ich gehe damit nicht... Das ist nicht okay. So, hier ist Metall. Noch mehr Metall. Dann müsste doch hier irgendwo auch... ...Obsidian sein. Dann fällt mir ansonsten nur noch ein... Leute, weiß das nicht irgendwer von euch, der hier totaler Island-Profi ist und jeden Winkel kennt? Ich glaube, ich erkenne die Steine nicht, weil die alle schneebedeckt sind. Du meinst, er hat das absichtlich gemacht? Ja, ich habe aber definitiv nichts abgeschaltet, Trinkwein. Ich habe alles, äh, wie immer. Ich habe so ein komplettes Overlay über Stream-Elements erstellt. Und, ähm, da kannst du denn deine Alerts reinmachen. Und dann geht das los. Kann mal einer scherzeshalber nochmal entfolgen und nochmal neu folgen? Putschi oder so? Ich würde das gerne mal sehen wollen. Dann spinnt Twitch wieder mal. Ich weiß nicht, ob das Twitch ist jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich bei Stream-Elements uns irgendwas neu aktualisieren muss oder so. Man weiß es nicht. Also die Bits haben auf jeden Fall funktioniert. Und die laufen ja auch über Stream-Elements. So, Leute, wo kriege ich jetzt Obsidian her? Ich fliege jetzt erstmal wieder zurück. Nach Hause. Geht. Oh. Putschi hat erstmal Steffi Fee einen Sub geschenkt. Dankeschön, Putschi. Steffi Fee, du bist jetzt erleuchtet. Durch Futschi. Futschi, dankeschön für deinen Support. Also es funktioniert. Und jetzt bitte nochmal den Follow versuchen, bitte. Könnt ihr den Follow nochmal austesten? Das würde mich jetzt einfach nochmal interessieren. Ob das vielleicht nur der Follow ist, der hier gerade rumspinnt? Dann muss ich später nochmal schauen. Das wäre natürlich schade, ne? Spaß kostet. Genau. So. Welche Tiere machen denn Sinn bei unserer in unserem Schneebiom, in unserer Schneebiom-Basis? Welche Tiere wollen wir zähmen? Welche machen sich gut? Also Wolfsrudel, da bin ich auf jeden Fall schon mal mit dabei. Ein schönes, großes Wolfsrudel, fünf, sechs Wölfe oder so. Hab defollow und wieder follow gemacht. Aha. Das macht mich ganz kirre. Oh, ich muss landen kurz. Warum? Warum geht das nicht? Steffi auch. Hä? So, dann wir müssen eh kurz Sauerstoff, nicht Sauerstoff, Ausdauer sammeln. Ich gehe jetzt mal bei Stream Elements rein. Das macht mich ganz wahnsinnig. Follower Settings Was ist denn hier los? Das macht mich wahnsinnig, wenn das nicht funktioniert hier. Alert in game. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Ich hab hier die Alert Box. Genau. Und da haben wir die Follower. Die kriegen eine Sonne und die kriegen einen fetten Sound. Ich werde das mal emulieren. Funktioniert. Also, what the fuck ist da jetzt los? Also, der Follower funktioniert. Ich weiß nur nicht, warum er nicht... Dann muss es ja mit Twitch zu tun haben. Dann weiß ich nicht genau. Das liegt dann scheinbar nicht an Stream Elements. Also, es liegt dann scheinbar nicht an Stream Elements. Das war jetzt dein Alert. Nur für dich. Gut, hier ist voll das Wetter gerade. Voll das Wetter. Wir stürzen schon die Bäume um. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nichts. Achso, ich muss was essen. Und ich glaube, ich brauche gleich, wenn wir zu Hause sind, eine kurze Pause. Ich will schnell nochmal hier einen neuen Kaffee holen. So, hier ist unser kleines Heizhaus. Es sieht aus wie ein Heizhaus. Dieses Ding. Aber innen drin. Wunderschön. So. Also, wir hätten noch eine Möglichkeit. Wir können, um Obsidian zu holen, würde ich tatsächlich noch eine einen Teleporter zu dem Vulkan Dingsbums bringen, damit wir immer hin und her porten können. In der wunderschönen Tasse. Oh ja. Habe ich nochmal ganz kurz hier ein Wunderschön. Ne? Hier. So gut. So. Ähm. Können wir da eigentlich noch einen Teleporter hinbasteln? Aber der war ziemlich teuer. So, mal gucken. So. Ihr Lieben. Tür zu. Oh. Dieses Wetter. Gut. Ähm. Okay. Also, ich mache eine kleine Pause. In ein paar Minütchen bin ich dann wieder da. Dann machen wir mit den Ressourcen noch ein bisschen weiter. Und dann überlegen wir uns mal, welche Tierchen wir ziehen möchten. Okay? Also, das wäre eine feine Sache. Irgendwas cooles ziehen mit Immersive Taming. Hier. Mit dem da. Mit diesem Gerät. Sieht gut aus, ne? Ja, absolut. Richtig schön. Mit der Bar und so. Ja. Mal gucken, was wir noch so alles machen können. Ist halt rustikal mit modern. Hier unser Kühlschrank. Wunderschön. So. Leute. Jetzt. Kleine Pause. Ich mache mal hier so. Dann gehen wir kurz in den Pausebildschirm. Okay. Wee wee wee.